Einen wunderschönen guten Morgen meine Mathe-Genie, herzlich willkommen auf meinem Kanal Null Problema und herzlich willkommen zum neuen Fortnite-Shop vom Samstag, den 22.02.2020. Ja Freunde, der Shop hat geupdatet und wir haben ein paar neue Sachen reinbekommen. Es wird einige Leute sicherlich verärgern, es ist ihnen nicht übel zu nehmen, verstehe ich vollkommen. Dazu komme ich gleich. An dieser Stelle wollte ich mich nur daran erinnern, heute ab 18 Uhr geht es los mit dem Duo Custom Turnier. Es wird 4000 V-Bucks für das Sieger-Duo geben. Schaut einfach vorbei, da werde ich euch erklären genau worum es geht, wie wir es machen und so weiter und so fort. Ab 18 Uhr geht es los, sucht durch den Duo mit und kommt, tanzt an und spielt mit. Und um 17 Uhr starte ich den Members Only Stream, da werden wir Sieg gesagt und Heiden Sieg spielen. Da wird es um Gummipunkte gehen, das heißt wenn ihr bezahlte Mitglieder seid, werdet ihr sehr wahrscheinlich auch darüber verständigt. Ab 17 Uhr geht es los, könnt dann gerne vorbeischauen, da spielen wir ein paar Runden. Gut, fangen wir hier ganz links an, hier haben wir den Skin Tango reinbekommen. Den konnte man, soweit ich mich erinnern kann, jetzt vor ein paar Tagen bei irgendeinem Cup gewinnen. Das heißt, wenn man unter dem Top, ich weiß auch nicht genau wie viel Prozent dieses Cups war, konnte man diesen Skin gewinnen und den gibt es jetzt für 800 V-Bucks zu kaufen. Also die Leute haben reingeschwitzt, um sich diesen Skin freizuschalten durch den Cup, den man da damals geschenkt bekommen hat und jetzt gibt es den zu kaufen für 800 V-Bucks. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt richtig verärgert sind. Ist Ihnen nicht übel zu nehmen, muss ich sagen, aber ja, so ist es, so ist Fortnite, die machen solche Dinge für 800 V-Bucks, kriegt ihr den Skin. Ich bin jetzt nicht der größte Fan davon, aber kann man sich auf jeden Fall geben. Dann geht es weiter zu seinem Rucksack, der nennt sich Hurricane. Für 200 V-Bucks kann man sich auch so geben, sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Weiter geht es zu seiner Spritzhacke, wilde Schneide. Ich muss sagen, die gefällt mir richtig gut, sieht richtig nice aus. Ich überlege nur, ob ich sie mir holen soll. 500 V-Bucks kann man sich auf jeden Fall so können. Genau, weiter geht es zu Astral-Axt. Die ist schon sehr speziell, 1200 V-Bucks dafür. Dann geht es hier weiter zu Splitterbruch, zu der Lackierung. Ich glaube, dazu habe ich ein Gameplay gedreht, bin mir aber nicht 100% sicher. Wenn ja, werde ich das unten in der Videobeschreibung verlinkt finden. Sehr, sehr nice Lackierung für 500 V-Bucks. Animiert, die Animation sieht man aber jetzt nicht so extrem, würde ich mal sagen. Dann geht es weiter zu Arcana-Gleiter. Den Gleiter kriegt ihr für 1200 V-Bucks nicht so schlecht. Viele haben ihn geschenkt bekommen, allein wegen dem Live-Event damals. Sieht aber auf jeden Fall nice aus. Kann man sich vollkommen geben. Dann haben wir den Traum-Skin mit ihrem Flügel. Die Flügel sehen richtig geil aus, gehen richtig gut ab. 1200 V-Bucks für den Skin. Und dann haben wir den Luminos-Skin mit seinem Rucksack. Der Rucksack ist jetzt weniger schön. Also kann man sich auf jeden Fall geben. 1500 V-Bucks für den Luminos-Skin. Genau, dann geht es hier weiter zu den Schock-Klingen. Die kriegt ihr für 800 V-Bucks. Dann haben wir die gesagte Tech-Messer. Die kriegt ihr auch für 800 V-Bucks sehr nice. Dann geht es hier weiter zu den gelben Leuchten, zu der Lackierung. Die ist nicht animiert, sieht aber auf jeden Fall sehr schön aus. Gefällt mir. 300 V-Bucks dafür kann man sich auf jeden Fall vollkommen geben. Und dann haben wir wieder die Terra. Die Terra, die war ja gestern im Shop. Die gibt es in zwei Stilen. Habt ihr ja gestern schon gesehen. Einmal in dieser Variante und dann einmal in dieser Variante. Und wie gesagt, das Grüne und das Goldliche, das leuchtet oder leuchtet halt eben nicht. Also mit dem Schimmer hier unten ist halt auswählbar. Der Rucksack, der sieht auch okay aus. Steht ja auf jeden Fall gut. Für 1200 V-Bucks kriegt ihr den Skin Terra. Und dann geht es hier weiter zum Tech-Skin. Den gibt es auch in zwei Stilen. Einmal mit dieser etwas altmodischeren Frisur. Und dann einmal mit dieser moderneren, hipperen Frisur. Und wie gesagt, der Skin hat auch einen anderen Stil von den Klamotten her. Und auch mit diesem Schimmer und ohne Schimmer. Ja, ist eine Kleinigkeit. Aber wie gesagt, sieht auf jeden Fall nice aus für 1200 V-Bucks. Mit dem Rucksack hier kann man sich vollkommen geben. Der gefällt mir auf jeden Fall auch richtig gut. Dann geht es hier weiter zum Sanktum-Skin. Der Skin geht auf jeden Fall auch gut ab. Gefällt mir 1500 V-Bucks nicht wenig. Aber der sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Und der Umhang geht auch gut ab mit diesem Innenfutter in diesem Lilla. Sieht auf jeden Fall gut aus für 1500 V-Bucks. Dann geht es hier weiter zur Arctis-Skin. Ist ja auch mittlerweile sehr bekannt für 1200 V-Bucks. Dann haben wir voll ablachen. Ja, ich bin nicht der größte Fan von diesem Emote. Dieses Eselslachen geht mir ein bisschen auf den Nerv. Aber ist natürlich Geschmackssache. Ärgert die Gegner auf jeden Fall. Dann haben wir hier eine Überladung für 200 V-Bucks. Geht vollkommen gut. Kann man sich auch geben. Und dann kommen wir zu dem neuen Emote Matte-Tanz. Ich bin ja kein Fan davon. Während dieses Zeichen oben nicht, würde ich sagen, okay, geht aber so. Ist Geschmackssache. Keine Ahnung, Leute. Könnten wir gerne reinschreiben, was ihr davon haltet. Bin jetzt nicht der allergrößte Fan davon. Dann geht es hier weiter zum Schalenschläger. Die Hacke bekommt ihr für 800 V-Bucks. Ja, Freunde, das war's mit Shop. Ich hoffe, ich sehe euch heute im Members Only Stream. Und dann später beim Turnier. Wünsche euch einen schönen Samstag auf rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.